Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Äpfel, das ist ein Stück Schweiz. Überall werden sie angeboten, die gesunden Vitaminspender. Vor allem natürlich im Wallis, dann am Nordufer vom Genfersee und in den Bodenseeregionen. Ja, und dreimal täglich ein frischer Äpfel ist ein wirksamer Fitness- und Schlankheitstipp. Denn in diesen Äpfeln hat es viel Fruchtzug und der geht sofort ins Blut und gibt neue Energie. Und jetzt ist ja auch gerade Zeit, um einen richtigen Wintervorrat anzunehmen. Bei Coop gibt es jetzt nebst in den 2,5 Kilo Tragtaschen die frischen Schweizer Äpfel in dieser praktischen 15 Kilo Tragbox. Also Gesundheit miteinander und jetzt haben wir noch etwas. Und zwar ist es etwas für die Herren, nämlich Hemper, in denen sie immer gut angezogen sind. Besonders aktuell ist jetzt der Western-Schnitt. Alle Hemper sind in einer pflegeleichten Baumwoll-Polyester-Kombination. Und da habe ich noch eine erfreuliche Mitteilung an alle Schleckmüller. Coop bringt die erste zahnschonende Schweizer Milchschocchi. Künstlich gesüsst, also ohne Zucker, die Arnie Schöness. Und jetzt präsentieren wir Ihnen noch eine neue Dienstleistung von Coop. Ein Teppichwäschgerät, das viel gründlicher wirkt als das bisher bekannte Schamponieren. Mieten Sie sich bei Coop den Satrap Tapu-Wash 300. In allen Coop-Läden, wo diese Plakate hängen. So, und jetzt schalten wir noch in die Studienküche und ich wünsche Ihnen dazu viel Appetit. Bonsoir miteinander, vive la France heisst es heute Abend. Bei einer wäschhaften Soupe à l'Oignon, also Ziebelsuppe nach französischer Art. Für vier Personen haben wir 600 Gramm in Ring geschnittene Ziebeln während einer Viertelstunde goldgelgeröstet. Löschen ab mit ein bisschen mehr als ein Liter Bouillon. Und würzen nachher mit Pfeffer und Gnoblauchpulver. Angerichtet wird so. Jede Portion bekommt ein bisschen tostetes Brot, bestreut mit ein bisschen Parmesan und noch gratiniert im Ofen. Et voilà, fertig ist sie, die herzhafte Ziebelsuppe nach französischer Art. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung. Bon Appetit. So, wir danken Ihnen, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Achtet Sie jetzt aber an auf die Aktionen, die gerade kommen. Es sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Champignons de Paris, geschnitten, zwei Dosen statt 2,40, nur 2 Franken. Hundefutter, Pahl mit Rind, Dosen an 780 Gramm statt 2,80, nur 2,30. Katzenfutter, Cha-Cha-Cha, drei Dosen nach Wahl, nur 2,10. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Coop Erdnussöl, ein Liter statt 4,50, nur 3,95. Die Roller Cake, 340 Gramm statt 3,60 Gramm, nur 2,60. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Bonalux Glühlampen 40, 60, 75 und 100 Watt. Jede Doppelpackung kostet jetzt 30 Kram weniger. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017